So und da bin ich auch schon wieder zurück für euch live auf der Glow und ich zeig euch jetzt mal ein bisschen was hier schon so vertreten ist. Zu meiner Linken sehen wir schon ganz lange Schlangen sich bilden beim Essence Stand. Dann zu meiner rechten Flakoni. Und jetzt kommt mal mit. Hier gibt es noch ganz viel andere Sachen zu sehen. Da vorne gerade drauf los ist Maybelline. Da wird nachher Boris Entrup sein und schminken natürlich. Dann was ganz besonderes. Hier am Essence Stand zu meiner Linken, wenn wir schön sehen können, wird nachher Ischda da sein und nichts davon werdet ihr verpassen. Ich bin für euch hier und werde euch alles berichten. Bis nachher.